Weingarten ist eine Mittelstadt im Südosten Baden-Württembergs in Deutschland. Die Stadt Weingarten ist nach der Nachbarstadt Ravensburg und nach Wangen im Allgäu die drittgrößte Stadt im Landkreis Ravensburg. Seit dem 1. Januar 1974 ist sie eine große Kreisstadt. Sie erstreckt sich auf 12,17 Quadratkilometer Fläche und hat rund 23.900 Einwohner. Die Ursprünge der Siedlung reichen bis ins 5. Jahrhundert zurück. Geprägt wurde sie jahrhundertelang durch die von den Welfen gegründete Reichsabtei Weingarten, deren Klosterkirche zu den größten Kirchenbauten im Barockstil nördlich der Alpen gehört und eine der bedeutendsten Barockorgeln Deutschlands beherbergt. Weingarten ist Sitz einer pädagogischen Hochschule und einer Hochschule für Technik, Wirtschaft und Sozialwesen. Die Stadt ist überregional auch als Fassnetz-Hochburg und durch den Blutritt bekannt. Einer jährlich stattfindenden Reiterprozession zu Ehren einer Heiligblut-Reliquie. Geografie Weingarten liegt unmittelbar nördlich von Ravensburg bzw. wenige Kilometer westlich des Altdorfer Walls am Ostrand des Schussenbeckens im mittleren Tal der Schussen, die in den Bodensee fließt und so ein rechter Rhein-Zufluss ist. Die Altstadt, das ehemalige Dorf Altdorf, liegt im Tal der Scherzach, einem kleinen Bach, der in die Schussen mündet. Dass der Stadt den Namen gebende Kloster Weingarten liegt auf der nordöstlichen Höhe, dem sogenannten Martinsberg über der Altstadt. Klimadurchschnittlich fallen in Weingarten 854 mm Niederschläge. Folgende Städte und Gemeinden grenzen an die Stadt Weingarten. Sie werden im Uhrzeigersinn beginnend im Norden genannt und gehören alle zum Landkreis Ravensburg, Beinfurt, Schlier, Ravensburg und Berg. In die Stadt Weingarten wurden keine umliegenden Gemeinden eingegliedert. Infolgedessen bildet das Stadtgebiet eine relative Einheit. Dennoch werden umgangssprachlich zur besseren Orientierung verschiedene Stadtgebiete mit eigenem Namen unterschieden, deren Bezeichnung sich im Laufe der Bebauung ergeben haben und deren Abgrenzungen meist nicht genau festgelegt sind. Darüber hinaus werden noch einige separat gelegene Wohnplätze mit eigenem Namen unterschieden, die jedoch nur sehr wenige Einwohner haben. Hierzu gehören Bechters, Eggers, Hähnlehof, Hinterochsen, Meisterhof, Nessenreben, Ortliebs, Stärkshof, Trauben, Vorderochsen, Waldheim und Welt. Weingarten bildet zusammen mit Ravensburg und Friedrichshafen das Oberzentrum der Region Bodensee-Oberschwaben. Dieses übernimmt für den Einzugsbereich Ravensburg-Weingarten auch die Funktion eines Mittelbereichs. Dieser umfasst auch den südlichen Teil des Landkreises Ravensburg. Im Einzelnen neben Ravensburg und Weingarten die Gemeinden Beinfurt, Beind, Bergbotneck, Fronreute, Grünkaut, Horgenzell, Schlier, Vogt, Waldburg, Wilhelmsdorf, Wolfhek und Wojpartzwende. Geschichte Bis 1865 wurde der Name Weingarten nur für das Kloster Weingarten verwendet. Die umgebende Ortschaft hieß Altdorf. Der Name wird vom altgermanischen Kultwort Allach für Heiligtum, Tempel, hergeleitet. Es handelte sich also um einen Ort mit bei einem Heiligtum. Altdorf war schon im frühen 5. Jahrhundert von Allermannen besiedelt. Aus der Merovinger Zeit stammt das Gräberfeld von Weingarten, das annähernd vollständig untersucht werden konnte. Der Kern des Gräberfelds und der Martinsberg bilden eine West-Ostachse, weshalb zu vermuten ist, dass das allermannische Heiligtum sich auf dem Martinsberg befand. Die Funde lassen durch ihren Reichtum auf einen allermannischen Herrensitz schließen. Spätestens im 8. Jahrhundert wurde Altdorf wie das ganze allermannische Gebiet Teil des Fränkischen Reichs. Um die Mitte des 9. Jahrhunderts kam das mittlere Schussenthal als Grafschaft Schussengau in Besitz des schwäbischen Zweiges der Welfen, die in Altdorf gegenüber dem Martinsberg eine Pfalz errichteten ihre neue Stammburg. Im ersten Drittel des 10. Jahrhunderts wurde auf dem heutigen Gebiet des Kreuzbergfriedhofes eine romanische Kirche erbaut, die später im romanisch-gotischen Stil umgebaut wurde. Um 935 gründeten die Welfen in Altdorf ein Frauenkloster, das als Grablege ihres Geschlechts bestimmt war, aber bereits 1053 durch einen Brand zerstört wurde. Die Nonnen wurden zunächst auf den Martinsberg umgesiedelt. 1056 gründete Welfi V. Nach der Verlegung der Burg ins benachbarte Ravensburg auf dem Martinsberg ein neues Benediktinerkloster, das mit Mönchen aus Altomünster besiedelt wurde. Die Altdorfer Nonnen besiedelten im Gegenzug das Kloster Altomünster. Im Jahre 1094 schenkte Judith von Flandern die Gattin Welfi V. Dem Kloster die Heilig-Blut-Reliquie. Neben den vielen anderen Schenkungen fand die Reliquie wenig Beachtung. Erst 1182 zur Weihe der romanischen Basilika wird sie besonders erwähnt. Um 1122 wurde vermutlich Friedrich I. Barbarossa auf der Hasslachburg im Lauertal geboren. Der Name Kloster Weingarten ist um 1123 belegt. Die Mönche beschäftigten sich u.a. mit der Buchmalerei. Ihr berühmtestes Werk ist das Berthold-Sakramenta. In der Ortschaft Altdorf entwickelte sich ab dem 13. Jahrhundert ein Markt. Unter König Rudolf von Habsburg wurde die Entwicklung zu einer Stadt aber durch Errichtung der Landvogtei-Oberschwaben gehemmt, deren Sitz zunächst im benachbarten Ravensburg war. Nach Zerstörung der dortigen Veitsburg im Dreißigjährigen Krieg 1647 aber nach Altdorf verlegt wurde. Die Landvogtei wurde zumeist an Fürsten oder Adlige verpfändet, darunter die Reichsdrucksessen von Waldburg. In einer kaiserlichen Urkunde von 1377 wurde Altdorf zwar das Recht auf einen regelmäßigen Wochenmarkt gewährt, der allerdings bestehende Märkte innerhalb einer Meile und damit den Ravensburger Markt nicht gefährden durfte. Auch eine Stadtbefestigung wurde untersagt. Die Nachbarstadt Ravensburg zog in dieser Zeit als Freie Reichsstadt zahlreiche Einwohner aus Altdorf an, darunter die späteren Ravensburger Handelsfamilien und Patriziergeschlechter Hohlbein und Humpis. Das Kloster Weingarten wurde dagegen 1274 zur Reichsabtei erhoben und erwarb im Laufe der Zeit großen Landbesitz vom Allgäu bis zum westlichen Bodensee. Dieser Besitz umfasste zuletzt 306 Quadratkilometer. Damit war Weingarten nicht nur eines der reichsten Klöster in Süddeutschland, sondern regierte auch größere Gebiete als die meisten Reichsstädte. Da die von Judith von Flandern im Jahre 1094 überreichte Heiligblut Reliquie immer mehr Pilger anlockte, brauchte das Kloster Weingarten ein neues Gotteshaus. Die alte romanische Kirche war zu klein. Man wollte sie ersetzen, um noch mehr Pilgern die Chance zu geben, die Heiligblut Reliquie zu bewundern und um der kostbaren Gabe einen neuen, noch größeren und prunkvolleren Platz zu bieten. Außerdem wollte man mit der Basilika, wie es im Barock üblich war, nach außen hin die eigene Macht zeigen. Und dies ist mit dem Bau der Basilika eindrucksvoll gelungen. Im Barock herrschte nämlich die Auffassung, dass vornehme Abkunft und Tüchtigkeit allein einem Fürsten noch keine Hoheit und Größe verschaffen. Daher verleiht die Großartigkeit und die Prachtentfaltung einem fürstlichen Hof den größten Anschein und Schmuck der Herrlichkeit. Dazu verschafft es ihm größeren Gehorsam und tiefere Achtung bei seinen Untertanen. Dies war auch der Grund der Weingärtnermönche, die eine großartige Erneuerung ihres Klosters ins Auge fassten. Hinzu kamen aber auch geistlich-religiöse Gründe. Der barocke Neubau sollte zum größeren Ruhme Gottes auch dem Stolz der Weingärtnermönche über die erfolgreiche Klosterreform Ausdruck geben. Siegreich hatte Weingarten die Entfremdung von der Benediktsregel, klösterliche Misswirtschaft, Verwältlichung und die Herausforderung der Reformation überwunden. Am 10. September 1724 konnte der Fürstbischof von Konstanz Johann Franz Schenk von Stauffenberg die Kirche feierlich einweihen. Zehn Tage lang dauerten die Feierlichkeiten in Altdorf. Doch wenn man die heutige Klosteranlage mit dem damaligen Bauplan vergleicht, fällt auf, dass der ursprüngliche Plan nicht ganz umgesetzt werden konnte. Im Norden der Anlage konnte nur der Schlossbau unter der Leitung von Franz Schmutzer vollendet werden. Doch als man weiterbauen wollte, erhob die Landvogtei-Anzeige bei der Innsbrucker Regierung und diese leitete einen Baustopp ein. Der Grund für die Anzeige war, dass mit dem Neubau anscheinend das Klostergebiet verlassen wurde. Auch waren die Kosten für den Bau der Basilika sehr hoch, sodass das Kloster hoch verschuldet war und kein Geld mehr hatte. Aber auch der Franzosenkrieg oder die Säkularisation erschwerten die Bauarbeiten. Aus diesen Gründen sind auch heute noch im Südbereich des Klosters der mittelalterliche Kreuzgang und Gebäude erhalten. Im Zuge der Säkularisation wurde das Kloster 1802 aufgelöst und zunächst Besitz des Hauses Oranien-Nassau. Altdorf selbst war ab 1452 Teil der Habsburgischen Verwaltungseinheit Vorderösterreich und blieb bis 1805 Sitz der Landvogtei Schwaben. Als es nach dem Pressburger Frieden zum Königreich Württemberg kam und zunächst Sitz eines Oberamtes wurde, auch das Kloster Weingarten wurde 1806 durch Napoleon seinem Verbündeten Württemberg zugeschlagen. 1810 kamen Altdorf und Weingarten zum Oberamt Ravensburg. Auch die Stellung als Landvogtei verlor Altdorf-Weingarten 1817 im Zuge einer neuen Verwaltungseinteilung. Als 1847 die Eisenbahnstrecke Friedrichshafen-Ravensburg eröffnet wurde, die 1849 nach Norden fortgeführt werden sollte, war der Schultheiß Adolf Prielmeier ein vehementer Gegner einer Anbindung Altdorfs. Dass die Strecke nun in großem Abstand am Ort vorbeiführt, verziehen ihm insbesondere die Gewerbebetreibenden nicht. Dies führte im Rahmen der Deutschen Revolution von 1848-49 zu vehementen Protesten der Bevölkerung gegen den Königstreuen und Konservativen. Prielmeier 1865 erhielt Altdorf unter dem damaligen Schultheiß Friedrich Seifritz durch König Karl von Württemberg die Stadtrechte und wurde nach dem Namen der Abtei in Weingarten umbenannt. 1922 wurde in einem Teil der Klostergebäude wieder eine Benediktinerabtei gegründet. Wie in der Nachbarstadt Ravensburg entwickelte sich auch in Weingarten eine bedeutende Maschinenbauindustrie. 1868 erhielt Weingarten seine erste Kaserne und wurde Standort der Württembergischen Armee. Zwischen 1898 und 1918 war es Garnison für das Infanterieregiment 124, dem der spätere Generalfeldmarschall Erwin Rommel bis 1916 angehörte. Zur Zeit des Nationalsozialismus wurde Weingarten zum 1. April 1939 nach Ravensburg eingemeindet. Die rivalisierenden Nachbarstädte wurden allerdings nach Kriegsende wieder getrennt. Ab dem 1. April 1946 war Weingarten wieder selbstständig. Seit 1949 dient der größte Teil der ehemaligen Klostergebäude der Lehrerausbildung. Ein Teil des Hauptgebäudes ist von der Diözese Rottenburg-Stuttgart für die Katholische Akademie gepachtet. Eine Einrichtung der Erwachsenenbildung. Ein weiterer Teil durch das Benediktinerkloster belegt. Bestrebungen zu einer erneuten Verbindung mit Ravensburg während der Gemeindereform der 1970er Jahre stießen auf massive Gegenwehr der Weingartener Bevölkerung und wurden darum nicht verwirklicht. Die Einwohnerzahl überschritt 1973 die Grenze von 20.000. Daraufhin stellte die Stadtverwaltung den Antrag auf Erhebung zur großen Kreisstadt, was die Landesregierung von Baden-Württemberg mit Wirkung vom 1. Januar 1974 beschloss. 2004 fanden in Weingarten die Heimat-Tage Baden-Württemberg statt. In Verbindung mit dieser Veranstaltung wurde im Rahmen der Stadtsanierung der Stadtgarten eingeweiht. 2007 bekam die Stadt Weingarten den Stadtmarketingpreis Baden-Württemberg für die innovativste Online-Idee. Anlass hierfür war die Online-Videothek auf der Internetseite der Stadt, auf welcher sich die Stadt mit Kurzfilmen über Weingarten präsentiert. So können die Internetnutzer zahlreiche Videos zum Blutritt, Schüler- und Heimatfest oder der Fassnetz ansehen. Der Landesfeuerwehrtag Baden-Württemberg wurde 2008 von den Feuerwehren aus Ravensburg und Weingarten durchgeführt. Im September 2009 gab das Benediktinerkloster die Schließung wegen Nachwuchssorgen bekannt. Die fast 1000-jährige Geschichte des Klosters geht damit zu Ende. Am 16. Oktober 2010 wurde das Kloster geschlossen und die Mönche verabschiedeten sich mit einem Gottesdienst aus Weingarten. Hauptartikel 1866 begann in Weingarten die Industrialisierung. Im Lauertal baute man die Flax-, Hanf- und Abwerkspinnerei Weingarten, die bis heute den Namen Sonntheimer trägt. Dank der naheliegenden Scherzach war es möglich Dampfmaschinen zu benutzen. Die fehlende Anbindung Weingartens an das Schienennetz behinderte jedoch die Industrialisierung. Die Waren wurden in Ravensburg oder Niederbiegen angeladen und mussten von den jeweiligen Firmen abgeholt werden. Erst mit dem Bau der Lokalbahn Ravensburg-Weingarten in den Jahren 1887-88stel geriet die junge Stadt etwas aus dem Verkehrsschatten. Einwohner zahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Die Zahlen sind Volkszählungsergebnisse oder amtliche Fortschreibungen der jeweiligen statistischen Ämter. In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts kam es zunächst nur zu einer mäßigen Zunahme der Einwohner. Dies mag damit zusammenhängen, dass nach der Säkularisation der Benediktinerabtei Weingarten und dem Übergang des einstigen vorderösterreichischen Marktfleckens Altdorf an das Königreich Württemberg, der mit der Auflösung der Landvogtei verbunden war, sich in Altdorf-Weingarten ehemalige Mittelpunktfunktionen kaum halten bzw. neu entwickeln konnte. Das Gemeinwesen geriet immer mehr in den Schatten der aufstrebenden nahen Oberamtsstadt Ravensburg. In den 1830er und 1840er Jahren war allerdings eine deutliche Bevölkerungszunahme zu registrieren, die neben einer Erhöhung der mittleren Lebenserwartung auf die hohen Geburtenraten zurückführen ist. Diese Aufwärtsentwicklung wurde in der Jahrhundertmitte unterbrochen. Ursache war eine allgemeine Teuerung ausgelöst durch eine damals europaweit auftretende Kartoffelkrankheit, die selbst im oberschwäbischen Bauernland zu einer Auswanderungswelle führte. Gegen Ende der 1860er Jahre stieg die Bevölkerung wieder deutlich an eine Tendenz, die sich bis zum Ersten Weltkrieg fortsetzte. Die Hauptimpulse für dieses überdurchschnittliche Wachstum waren die Stadterhebung, die beginnende Industrialisierung sowie die Einrichtung einer Garnison. Die Abtei Weingarten und das Dorf Altdorf gehörten zum Bistum Konstanz und waren dem Archidiakonat Allgäu Landkapitel Ravensburg unterstellt. Eine Kirche Sankt Maria war nach 934 in ein Nonnkloster inkorporiert. Sie war ab 1054 auch Pfarrkirche von Altdorf dessen Urkirche Sankt Martin aber bereits in das 8. oder 9. Jahrhundert zurückgeht. 1279 wurde die Kirche Sankt Maria in das Kloster Weingarten inkorporiert. Die Reformation fand keinen Einzug so das Altdorf bis ins 19. Jahrhundert überwiegend katholisch blieb. Der mittelalterliche Bau der Pfarrkirche Sankt Maria wurde im 18. Jahrhundert durch einen Neubau von 1738 ersetzt, doch 1818 abgebrochen, da seit 1811 die Klosterkirche der Abtei Weingarten zur Pfarrkirche erhoben worden war. Die Gemeinde gehörte bis 1817 noch zum Bistum Konstanz, wurde dann dem Ordinariat Elwangen unterstellt. Aus dem 1821 27. einer Dekasekunde neu gegründete Bistum Rotenburg hervorging. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden noch zwei weitere katholische Gemeinden und Kirchen. Die Kirche Sankt Maria, Hilfe der Christen und die Heilig-Geist-Kirche von 1977. Die drei Gemeinden gehören zum Dekanat Allgäu-Oberschwaben des Bistums Rottenburg-Stuttgart. In Weingarten sind auch die Schönstädter Marienschwestern ansässig. Im 19. Jahrhundert zogen auch Protestanten nach Altdorf bzw. Weingarten. 1883 wurde eine evangelische Kirchengemeinde gegründet, die zum Dekanat bzw. Kirchenbezirk Ravensburg der Evangelischen Landeskirche in Württemberg gehört. 1883 konnte sich die Gemeinde ihre eigene Stadtkirche erbauen. Architekt war Christian Leins. In der Gemeinde wirken heute mehrere Pfarrer. Heute befindet sich auch eine Verwaltungsstelle des Kirchenbezirks Ravensburg in Weingarten. Neben den beiden in Weingarten großen Kirchen ist hier auch die als Sondergemeinschaft geltende Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage vertreten. Seit dem Zuzug russischer Emigranten nach dem Zerfall der Sowjetunion, von denen ein nicht unerheblicher Teil jüdischen Glaubens ist, entsteht in Weingarten eine bescheidene jüdische Gemeinde mit bisher ca. 50 Mitgliedern. Bislang wird ein Hinterraum für religiöse Zeremonien benutzt. Eine Synagoge gibt es seit dem 15. Jahrhundert im Schussenthal nicht mehr. Die folgende Statistik zeigt die Entwicklung der Religionszugehörigkeit von 1821 bis 1987. Politik Die Stadt Weingarten ist Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband Mittlerisch Schussenthal. Gemeinderat Die Kommunalwahl vom 25. Mai 2014 führte zu folgendem Ergebnis. In Weingarten wurde 1985 der bundesweite erste Jugendgemeinderat gegründet. Der Jugendgemeinderat Weingarten als Möglichkeit der politischen Partizipation von Jugendlichen machte bundesweit Schule. An der Entstehung maßgeblich beteiligt war der damalige Oberbürgermeister Rolf Gerich. Die Schule mit den meisten Schüler bekommen die meisten Sitze im Jugendgemeinderat. Jedes Jahr finden an den Schulen von Weingartenwahlen statt. Bürgermeister Altdorf hatte bis ins 19. Jahrhundert nur eine beschränkte Selbstverwaltung und keine Vertretung der Bürger. An der Spitze stand der von der Abtei eingesetzte Ammann, bei dessen Wahl jedoch die Bürger von Altdorf mitwirken konnten. Die richterliche Gewalt lag beim Ammann bzw. bei der Abtei und beim Landvogt. In württembergischer Zeit leitete dann der Bürgermeister. Später Schuld heißt die Gemeindeverwaltung. Auch gab es einen Rat. 1789 zu 1810 Sebastian Schafheitlin 1810 zu 1819 Franz Gerd 1819 zu 1826 Sebastian Matt 1826 zu 1842 Georg Josef Ruggel 1842 zu 1855 Konrad Prielmeier 1855 zu 1889 Friedrich Seifritz 1889 zu 1904 Karl Egger 1905 zu 1920 Josef Reich 1920 zu 1937 Wilhelm Braun 1937 zu 1945 Zwangseingemeindet nach Ravensburg 1945 zu 1954 Wilhelm Braun 1954 zu 1975 Richard Mayer 1975 zu 1992 Rolf Gerich 1992 zu 2008 Gerd Schlerber Seit 2008 Markus Ewald Wappen-Wappen-Beschreibung Gefiert mit Herzschild darin in Gold auf grünem Dreiburg ein natürlicher Rebstock. Feld 1 In Rot ein nach links gekehrter silberner Löwe, der in den Vorderpranken einen goldenen Schild mit dem schwarzen Doppeladler hält. Feld 2 In Silber ein roter Löwe, der in den Vorderpranken einen roten Schild mit silbernem Balken hält. Feld 3 In Silber ein nach links gekehrter roter Löwe. Feld 4 In Rot ein silberner Löwe. Das Wappen wurde dem Flecken Altdorf 1555 verliehen. Die Löwen verweisen auf die Welfen, der schwarze Doppeladler auf das Heilige Römische Reich, die Farben sowie der rote Schild mit silbernem Balken auf die Zugehörigkeit zu Vorderösterreich. Das Wappen Altdorfs enthielt keinen Hinweis auf das Kloster Weingarten. Mit der Erhebung zur Stadt und der Umbenennung in Weingarten wurde dem Wappen 1865 der Herzschild hinzugefügt, der eine sprechende Wappenfigur aus dem Wappen der Reichsabtei Weingarten zeigt. Einen Rebstock dessen Windungen die Form eines Abtsstabs ergeben. Weingarten unterhält mit sechs Städten eine Städtepartnerschaft.